Kulturrelevant Der Radiotalk des Ostpassage-Theaters in Radio Blau Heute im Gespräch mit Theatern in Leipzig Unter anderem Neues Schauspiel Leipzig, Theatrium Leipzig und Kammerspiele mit Musik von Oluma Schönen guten Tag, ist das neue Schauspiel Leipzig Leider sind unsere Büro und unsere Kaffee immer nicht besetzt Moin Moin Hi, grüß dich Markus Grüß dich, hi Na, bist du im Büro oder bist du zu Hause? Ich bin im Theater, sitzt du lieber über das Festnetz oder? Nö, nö, nö Genau, ich habe das Aufnahmegerät schon an Ah ja, gut Ja Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage So ungefähr Okay, du sagst, du bist im Theater, gibt es da noch was zu tun, ja? Wir haben noch Kultur-Lockdown Ja, naja, zum einen, wir haben genug Büroarbeit noch zu erledigen mit wieder neuen Anträgen und alles durchforsten, was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten, was gibt es wieder für Gelder und ein paar von den älteren Geldern jetzt, was wir noch bis Dezember beantragen können, das muss noch fertig gemacht werden, also ist man schon noch beschäftigt Der übliche Jahresende-Schissel auch irgendwo, ne? Ja, genau, Steuer und so ein Kram, das muss ja erst gemacht werden Ja Januar, Februar, auch wenn das vielleicht im Januar eher ein bisschen ein Witz ist, weil da wahrscheinlich ja nichts gehen wird, aber wir sagen immer mal so, wir haben ja die letzten Male ja auch immer so gemacht, dass wir das heute im Zweifelsfall nicht ganz unvorbereitet sein müssen, wenn es dann doch irgendwann wieder weitergeht Ja, wir sagen immer Kaltstart beim Ostpassage-Theater, also sozusagen auch irgendwie keine lange Vorläufe, keine Presseinformationen, sondern dann einfach irgendwie loslegen, wenn was geht, ne? Ja, ja, genau, aber dass man zumindest auch ein paar Leute auf der Platte hat, so von denen man weiß, die stehen im Prinzip dann auch in den Startlöchern und wenn was geht, dann kann man auch irgendwas machen Ja, und sag mal, Startlöcher ist ja jetzt auch, dass Proben von Laien und Amateuren verboten wurden, trifft euch das auch irgendwo? Ich sehe das mal ein bisschen Auslegungssache, ne? Ich meine, wir sind ja ein professionelles Theater, was am Markt existiert und damit sind für mich auch alle Sachen, die in der Stadt sind, an Proben, auch professionell und es spielt ja keine Rolle, ob jetzt jemand ein ausgebildeter Schauspieler ist oder nicht, grundsätzlich gilt es einen professionellen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und deswegen tankiert uns das eigentlich nicht Ja, genau, also so ähnlich haben wir es uns auch ausgelegt. Ich meine, es ist ja auch schwer zu sagen, was man jetzt von einer Probe, von einer Betriebszusammenkunft unterscheiden soll, ne? Ja, und wo fängt das an auch? Wo fängt denn Laien und wo fängt dann Profi an? Ja, genau. Okay, also ihr denkt schon, dass es halt, hat es euch denn eigentlich sozusagen so überraschend getroffen oder hatte sich das denn schon irgendwie angekündigt? Ja, also ich persönlich und auch Claudia, wir waren uns eigentlich relativ einig schon sehr schnell, dass das vermutlich wieder zu, einfach als du gemerkt hast, dass die Zahlen gehen konsequent nach oben. Ich sagte, was soll passieren, irgendwann muss es doch eigentlich wieder zu irgendeiner Bremse kommen, das wird gar nicht anders sehen. Und es war eher für uns dann sogar so, dass wir, bevor das dann endgültig war, wenn es dann, weißt du, du nicht klar weißt, was geht, dann durch diese ganzen verschiedenen Abstufungen, erstens 3G, dann 2G, dann vermutlich 2G, sind natürlich auch die Zuschauer immer weniger geworden. Ja, ja. Und am Ende war es dann schon so, dass wir im Grunde genommen, also praktisch ins Minus gewirtschaftet haben, dass wir jede Woche praktisch mehr Geld verpulvert haben, als wir irgendwie noch eingespielt haben. Ja, ja. Und von daher ist eigentlich dann der Lockdown eigentlich so ein bisschen fast erlöhnt gekommen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist es auch arbeitlich, jetzt kann man auch eventuell nochmal auf Überbrückungshilfen rechnen, die das ein bisschen dann abfangen und einfach mal die Wirtschaftlichkeit, dass das einigermaßen weitergeht. Ja, genau. Ihr habt ja auch keine Förderung, ne? Ihr seid ja da auch noch mehr drin. Ja, das ist halt der Haken, ne? Wir können halt auf nichts zurückgreifen, auf die Gilde, die wir selber erwirtschaften. Und bei uns ist es ja so, dass wir auch einen relativ großen Anteil ja auch über die Gastronomie erwirtschaften. Die ist ja genauso betroffen, ne? Die ist ja dann genauso brach. Da kommt da natürlich auch nichts rein. Verstehe. Hattet ihr denn G2 dann auch zwischenzeitlich, ja? Naja, ganz zum Schluss waren wir dann, da waren wir dann schon bei 2G. Und ja, also dann hieß es eh, dann wenn irgendwie, das war ja dann kurz beim Lockdown, wusste nicht, weil wenn es ging, dann wird es auf jeden Fall noch 2G plus gehen. Wo wir dann gesagt haben, also wenn das kommt, dann machen wir auch aus feinen Stücken zu. Und das macht dann wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, und was denkst du? Also du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie so Januar, Februar, ihr plant irgendwie, also denkst du schon, dass vielleicht Januar unrealistisch, aber Februar vielleicht was gehen könnte? Ja, vielleicht. Ich meine, das ist wirklich, es ist halt so ein bisschen so ein Rätselraten, weil die, in welcher Geschwindigkeit sich da irgendwelche Zahlen verbessern, wie die Situation in den Kliniken aussieht, da in Zweifel ist man auch zu wenig involviert fachlich, um das wirklich abschätzen zu können. Oder die Seite sicher auch keiner klar ist, mit dieser Omikronvariante, was da kommt oder nicht kommt. Klar, jetzt im Moment stagniert es ja so ein bisschen die Zahlen, wobei das ist auch immer mal schon stagniert, dann steigt es wieder, das sinkt wieder, also so richtig klar ist es eben auch nicht, wo die Reise hingeht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir erst im März oder April wieder irgendwas machen, also auch das halte ich durchaus auch für realistisch. So nach Ostern, ne? Ja, ja. Okay, aber ihr setzt dann natürlich auch darauf, dass es halt auch Überbrückungshilfen gibt, ne? Sonst haltet ihr da nicht lange durch, ne? Nee, also die sind schon, also die waren auch bisher absolut existenziell wichtig, also ohne Überbrückungshilfen geht es uns definitiv nicht mehr, dann wäre es schon bei euch. Naja. Naja, ähm, gut, habt ihr denn noch irgendwelche politischen Forderungen? Also sozusagen so im Kontext von, weiß ich nicht, also es wurde auch viel diskutiert, muss man jetzt die sächsische Schuld, Schuldenbremse auflösen oder halt eben sowas coronapolitisch, also Sophie Renz von Leipzig plus Kultur, die hat ja auch gesagt, naja, also Kulturbetriebe sind ja eigentlich gar nicht so betroffen und gleichzeitig wird die Wirtschaft geschädigt, Tourismus hin und her, ja. Naja, gut, das ist auch immer die Frage, auch die Kultur ist ja nur einfach mal ein Wirtschaftszweig, das kann man eigentlich auch gar nicht kennen. Und, ja, ich meine, irgendwie, dass man irgendwelche Einschränkungen fahren muss, da habe ich auch kein Problem mit. Ich bin der Letzte, der sagt, das ist alles scheiße, wir müssen die Dinger wieder aufmachen. Naja, wenn das so dramatisch ist in den Kliniken, dann muss man halt leider reagieren. Ja. Ja, und man muss vielleicht auch da reagieren, wo die Leute halt ansonsten zusammensitzen würden, das ist okay, das ist scheiße, aber das kann ich natürlich auch akzeptieren und das kann ich auch ein Stück weit mitfahren. Ja, aber halt nur natürlich dann wirklich auch, wenn es in irgendeiner Form dann aufgefangen wird, weil das ist ja, das muss man den Leuten auch immer nochmal sagen, das ist ja nichts Selbstverschuldetes, wenn wir da jetzt in die finanzielle Bedürfung gekommen sind und einfach von außen. Und ich meine, dafür, genau dafür haben wir eigentlich so eine Staatsform, dafür ist nämlich eigentlich ein Staat genau da, dann seine Bürger und seine Leute auch aufzufangen. Ja, und die Harten abzufedern, genau, so sehe ich das auch. Ja. Naja, gibt es denn noch was Schönes, was ihr 2022 geplant habt, also wo ihr euch festhaltet irgendwie oder worauf irgendwie im Hintergrund hinarbeitet? Schwierig. Ich wollte eigentlich gerne, weil ich hätte eventuell das englische Theater meine erste englische Inszenierung mal gemacht. Auch schön. Ja, das habe ich jetzt auch erstmal gecancelt, also das wäre im März gewesen, aber das verschieben war zumindest mal weiter nach hinten, das wird auch nicht in die Arbeit auch stattfinden, da würde ich mich auf jeden Fall mal drauf freuen, weil das nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist, das nicht in Muttersprache zu machen. Aber ansonsten, ja. Hatte dir nicht auch einen Garten aufgebaut, hinten? Ja, genau, also wir werden jetzt mal gucken, letztes Jahr war das ja alles, da war das Ordnungsamt, der Bürger fordert, die haben uns ja keine Genehmigungen mehr raus, für das für Theater im Garten. Ja, und das wollen wir jetzt nicht auf jeden Fall nochmal angehen, dass wir halt in den Biergarten dann im Sommer zumindest dann draußen an wenigstens auf einer kleinen Bühne ein paar kleine Sachen machen können, das ein bisschen Theaterbetrieb einfach ist. Ja, und Sommertheater hat ja auch so seine Vorteile, ne? Eben. Im lauen Sommerabend, ja. Na ja, gut, Markus, weiß ich erstmal Bescheid, was bei euch so geht, also nicht viel, außer der übliche Bürokram und, ähm, ja, ähm, ich hatte ja auch auf eurer Homepage gelesen, ihr habt ja auch schon entschlossen, jetzt vor Weihnachten nicht nochmal irgendwie, falls irgendwas geht, nochmal irgendwie hochzufahren und lieber die Kräfte zu schonen, ne, und, äh, aufs nächste Jahr zu gucken. Ja, dann bestell mal schöne Grüße ans ganze Team, wa, insbesondere Claudia, und, ähm, ja, wünsche ich euch einen geruhigsamen Jahreswechsel und wenn ihr irgendwelche Not habt, dann müsst ihr euch melden, ne, wir halten zusammen. Das machen wir, dann wünsche ich dir das Gleiche und dann gucken wir mal, was das nächste Jahr bringt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. 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 ierungs Nam 真的 LAUGHTER Finally, ça va. Bis zum nächsten Mal. fin hier... So, jetzt. Hallo Daniel. Hi, schön, dass es klappt. Ja, das Aufnahmegerät läuft schon, ne? Ah, na dann, los geht's. Ja. Ja, Westflügel, sag mal, wo bist du jetzt im Büro oder Homeoffice? Ich bin jetzt tatsächlich heute im Homeoffice, morgen bin ich aber auch im Büro. Also wir haben das so gemacht, dass wir uns selten im Büro treffen und maximal zu zweit da sitzen oder eigentlich nur alleine. Und genau deswegen sind wir abwechselnd, darum Homeoffice, wem das möglich ist und genau so. Gibt's denn da noch was zu tun, ja? Auch zu was tun mit, ja klar. Ganz viele Abrechnungen gibt's da zu tun, ganz viel Kommunikation mit KünstlerInnen, die jetzt nicht spielen oder auch darum bangen, ob sie jetzt im Frühjahr bei uns spielen, wie gedacht und so weiter und so weiter. Also da ist viel zu tun, ja. Ja, auf eurer Website steht ja, ihr wollt nochmal versuchen, im Dezember aufzumachen, ne? Naja, also das glauben wir nicht, dass wir das können, aber wir veröffentlichen jetzt nicht, dass was ausfällt, bevor es nicht offiziell abgesagt wird vom Freistaat. Also wir machen da nicht vorauseilende Aktionen, sondern, ja, aber wir gehen natürlich nicht davon aus, dass das jetzt stattfinden kann. Das ist jetzt natürlich so naiv, sind wir auch nicht. Naja, wirst du, wir haben so gesagt, dann machen wir halt verlängerte Weihnachtsferien, tut dem Team dann auch ganz gut und müssen dann nicht nochmal hochfahren. Das ist ja auch immer so stressig halt mit dem Hoch- und Runterfahren, ja. Ja, ich glaube, wir, also wir gehen einfach nicht davon aus, dass es stattfinden wird, also von daher sind jetzt auch keine Kolleginnen, die Flüge buchen müssten, sondern kommen aus Polen mit dem Auto gefahren, wenn dann, aber wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass es klappt, aber wollen noch nicht veröffentlichen, dass es ausfällt, bevor es nicht offiziell abgesagt wurde. Da, dem entnehme ich auch, dass ihr auf jeden Fall für Januar, Februar, März und so halt schon volle Pläne habt, ja. Ja, klar, also wir haben eigentlich das ganze erste Halbjahr für 2022 schon geplant. Das ist natürlich jetzt alles, ja, liegt in den Sternen. Ich glaube, das ist auch das, was uns momentan am meisten belastet, dass es wieder keine langfristige Planung möglich ist. Also, ja, das ist einfach sehr ärgerlich und man kann eben nicht so in diesen zwei Wochen oder vier Wochen Rhythmus leben. Also, das ist irgendwie das Belastende so für uns als Haus und auch so für die Kommunikation mit den KünstlerInnen ist halt irgendwie auch frustrierend, dass man denen nicht einfach langfristig sagen kann, ja, es ist eine Stadt, es wird nicht statt. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch eine Produktion, die jetzt schon letztes Jahr im November und dieses Jahr im November wieder halt in den Lockdown, in den Kultur-Lockdown getappt ist und, ja, die sind schon echt arg gebeutelt. Ja, total. Also, es ist halt auch ärgerlich, dass bei uns jetzt schon zum zweiten Mal auch teilweise dieselben Sachen ausfallen, aber da schieben wir sofort immer weiter, immer weiter und das wird irgendwie nie stattfinden. Das ist furchtbar. Ja, schrecklich. Und sag mal, es gibt ja diesen 11.2 jetzt hier. Probenverbot für Laien und Amateure. Was macht ihr da? Ist es bei euch total Lockdown oder gibt es auch Proben? Also, bei uns wird es Proben geben. Wir sind ja weder Laien noch Amateure, deswegen betascht es uns nicht. Genau, ihr habt das auch so ausgeschlossen. Ja, die anderen, mit denen ich so telefoniert habe, haben natürlich so verschiedene Grenzformate, aber ja, es ist ein schwieriger Passus, finden wir, weil auch, wo hören halt Amateure auf, wo fangen Profis an und was ist eigentlich eine Probe? Na ja, gut, da haben alle Häuser so ihren Umgang gefunden, glaube ich. Also, ihr macht da auch einfach, ihr bereitet euch da vor. Das ist ja auch klar. Ich meine, wie will man denn auch kurzfristig hochfahren, wenn es auch keine Proben gibt? Ja, genau. Ich meine, das meiste, was jetzt beim Statschen ist, sind ja auch sowieso Gastspiele. Das heißt, die Proben im Idealfall sowieso nicht jetzt vorher bei uns. Also, wir haben jetzt auch jetzt, die nächsten Monate auch, käme jetzt auch keine Premiere. Das heißt, es sind Stücke, die alles schon existieren. Und maximal so zwei Tage vorher nochmal so eine Wiederaufnahme bei uns machen. Aber wie gesagt, dass das uns nicht betrifft mit den Amateuren und Laien, ist es uns jetzt, war bis jetzt keine Frage. Ist natürlich aber auch ein komplexes Thema für die Leute, die es betrifft, klar. Verstehe ich. Und sag mal so, mit den Einlassstrukturen, hattet ihr da auch G3, G2 oder irgendwas? Also, wir hatten jetzt ganz zum Schluss G2. Davor, so lange wir ja durften, G3. Also, 3G. Und wir hatten auch im Saal immer Abstand, beziehungsweise, wenn der Abstand ein bisschen verhindert wurde, dann Maskenpflichtkammer nennt im Saal. Das hat auch alles gut geklappt. Also, ich finde, das macht es halt auch noch ein bisschen mit ärgerlicher, dass jetzt diese ganzen Hygienestrukturen jetzt bei uns so gut ausgebaut waren. Ja. Mit einem enormen Mehraufwand. Und es wird einem irgendwie aber nicht gedankt. Das ist also ein bisschen ärgerlich. Also, das ist nicht ein bisschen ärgerlich, sehr ärgerlich. Und wir stehen gar nicht so kritisch der Schließung jetzt bei den Zahlen in Sachsen gegenüber. Also, es ist jetzt nicht grundsätzlich so, dass wir nicht einsehen, so, okay, die Zahlen sind wirklich sehr, sehr hoch. Aber wie halt jetzt vor allem nur die Kultur wieder geschlossen wurde, das finden wir halt wirklich erstaunlich. Und dass sich da einfach im Vergleich zum letzten Jahr nichts verändert hat. Und obwohl es Studien gibt, dass in Theatersälen die Ansteckung jetzt nicht passiert, ja. Ach, das ist das alte Lied. Das alte Lied einfach, die machen Kontaktreduktion, ne? Und da wird halt der Kultur in bestimmter Prozent zugeschrieben. Und dann wird halt reduziert. Aber es wird halt nicht differenziert zwischen gefährlichen Kontakten und ungefährlichen Kontakten, ne? Wo halt die Studien alle sagen, ne, am Kulturbereich ist eigentlich so gut wie nichts bekannt geworden, ne? Klar. Und ich verstehe es halt auch schon nicht so richtig, dass der Einzelhandel halt quasi schon noch, also klar, ohne Auflagen und so weiter, aber halt offen bleiben darf. Also, ich hätte es voll okay gefunden, wenn wir auch einfach noch strengere Maßnahmen von mir aus oder nur 30 Leute. Also, wir sind ja wirklich auch mit wenig zufrieden an der Stelle, wo es halt jetzt auch nicht zu Massenansammlungen kommt, bei uns ja sowieso nicht. So ein großes Haus sind wir ja gar nicht. Also, eben zu Nicht-Corona-Zeiten passen bei uns so 100 Leute auf dieser Bühne. So groß wie wir auch, ja. Ja, und das ist halt irgendwie so ärgerlich, dass da halt immer noch so ein, die Kultur halt einfach so schneller weggewischt wird als alles andere. Also, und dass es da auch keinen Aufschrei gibt so in der Gesellschaft, das ärgert mich ehrlich gesagt auch. Ja, Sophie meinte halt auch, ne, Sophie Renz hier von Leipzig plus Kultur, dass halt die Kultusministerin einfach eine schlechte Lobbyistin der Kultur ist, ja. Und da hängt ja auch noch der Tourismus dran. Und ja, genau, gerade die kleinen Bühnen, ne, wo du sagst, da hast du ein kontrollierbares Geschehen, du hast Kontakt nach Verfolgung und alles, ja. Und ich überlege, wie viele tausend Listen wir monatlich immer verbrennen. Klar. Ja, naja. Gut, aber gut, wir müssen uns arrangieren. Habt ihr denn irgendwelche tollen Pläne für 2022? Irgendwas, was ihr jetzt so mit ein bisschen mehr Atem vorbereiten könnt, oder? Also, ehrlich gesagt haben wir jetzt so tolle Pläne wie immer. Also, wir haben halt eigentlich, ja, das ganze Jahr mehr oder weniger schon vorgeplant. Also, sagen wir mal, die erste Jahreszeit ist fester geklopft schon als die zweite, aber da ist auf jeden Fall, wir haben hier viel vor. Wir haben auch ein großes, ein Showcase wieder vor, wo wir auch internationale Gäste zu einladen, natürlich. Und das Sommerfest wird wieder stattfinden und natürlich viele Gastspiele und auch einige Premieren, die bei uns stattfinden werden. Und auch, ja, Figurentheater, Korrifäen, internationale sozusagen, die wir einladen. Aber das ist jetzt quasi nichts Besonderes für das Jahr 2022. So sehen unsere Jahre normalerweise auch aus. Also, das ist jetzt nicht speziell was noch Tolleres für 2022 geplant, würde ich sagen. Es ist so toll wie immer geplant und wir hoffen, dass auch vieles davon stattfinden kann, natürlich. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie pessimistisch ihr das seht, wann ihr wieder aufmachen dürft, aber, jo, ich persönlich sehe da gerade, ja, sehe es gerade nicht so positiv. Was sagt dein Bauch? Dass wir den Januar nicht aufmachen dürfen. Ja, okay. Wahrscheinlich sogar noch länger, denke ich jetzt irgendwie mal so miesmachisch, aber, ja, weiß nicht, wie es euch da geht. Bei uns auch so, ja, großes Team und sehr unterschiedliche Zugriffe auch aufs Thema und Ableitungen. Ja, wir haben die neue Variante, wir haben den Impffaktor. Manche sagen, es gibt keinen Grund, warum der Winter nicht so laufen sollte wie der letzte und, ja, schwer zu sagen, wirklich, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob wir nicht vielleicht doch wieder ab Mitte Dezember aufmachen können, weil, sag ich mal, das neue Bundesinfektionsschutzgesetz, das muss ja auch erst mal juristisch durchdrogen werden in Sachsen und dann müssen wir erst mal gucken, was da für Regelanpassungen kommen, ja. Ja, klar. Ja, schauen wir mal. Ja, spannend, spannend, spannend. Gibt es denn noch politische Forderungen bei euch aus dem Haus, also Richtung Kulturpolitik, Rathaus, Landtag? Ja, na klar. Ich meine, die Forderung nach, wie ich vorher schon im Prinzip gesagt habe, einfach danach die Kultur genauso ernst zu nehmen wie den Einzelhandel auch und die anderen Sachen, die öffnet bleiben dürfen, natürlich auch einfach um eine Langfristigkeit, also eine Längerfristigkeit, eine Planungsfähigkeit, das ist halt irgendwie das, was wir eigentlich fordern. Ich weiß, es ist rechtlich irgendwie schwierig, da für länger zuzumachen, aber letztendlich ist es für die Planung eigentlich angenehmer. Ja, wenn wir jetzt wissen, okay, wir dürfen vor, was weiß ich, vor März nicht mehr aufmachen, dann könnten wir wenigstens da irgendwie Kraft in diese Zeit investieren. So ist es immer so ein Nachhecheln da, der Wiederöffnung, ich weiß auch nicht, ja, das sind, glaube ich, so die Förderunforderungen, die wir gerade haben. Ja, wichtig ist vielleicht, und so lange wäre auch noch die Schuldenbremse in Sachsen, dass die aufgehoben wird, weil sonst wird es echt eng in einem Kulturhaushalt, ist ja auch keine Pflichtaufgabe. Das wäre natürlich auch so eine spannende Geschichte. Ist Kultur eine Pflichtaufgabe des Staates und der Kommunen, oder ist es halt nur sozusagen so, was man sich eben so leistet in guten Zeiten? Auf jeden Fall, also das ist ein ganz großes Thema und das ist auch eine große Angst, die wir haben jetzt gerade, geht es uns finanziell jetzt noch nicht so schlecht. Ich meine, klar haben wir jetzt wieder Ausfälle und so weiter, aber gut, wir haben ja auch die institutionelle Förderung erstmal, das ist ja auf jeden Fall etwas, was Sicherheit gibt von der Stadt Leipzig. Und natürlich aber trotzdem haben wir, wie alle anderen Theater, Freitheaterbetriebe in Sachsen, nehme ich mal an, auch Angst, dass es dann halt im nächsten Haushalt der Hahn total zugedreht wird, was die Kultur angeht. Und das wäre natürlich extrem bitter, weil wir eigentlich, also auch gerade in Leipzig so eine vielfältige Landschaft sind und ja, das ist halt auch eigentlich, also wenn es dem Ministerium Kultur und Tourismus geht, ist dieser Faktor Kultur ja auch mit dem Tourismus verknüpft. Also ich denke, da sollten wir ein bisschen besser hinschauen eigentlich. Genau, das denke ich auch, diese noch stärker halt Kultur- und Wirtschaftsförderung zu verzahnen, genau an dieser Schnittstelle, das ist auch so eine spannende Idee. Okay, du, schönes Gespräch, ich danke dir. Danke dir. Habt ihr noch eine Weihnachtsfeier oder macht ihr das per Zoom oder irgendwas? Da sind wir gerade noch am Planen, weil wir auch zum Beispiel unseren Öffentlichkeitsarbeiter Matthias Schiffner jetzt in den wohlverdienten Ruhestand entlassen und wir dann auch schauen, wie wir ihn verabschieden. Wahrscheinlich planen wir so eine Art Spaziergang und dann nochmal online irgendwie in der Spielerunde oder sowas, aber jetzt wir machen keine betriebsliche Weihnachtsfeier mit Tressen. Vor Ort, nee, das ist, glaube ich, nicht sinnvoll zurzeit. Okay, aber das klingt auf jeden Fall nach noch einem schönen Plan zum Jahresende fürs Team. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, bleibt schön gesund, rutscht gut rein und dann nächstes Jahr greifen wir wieder gemeinsam an, ne, für die Kultur. So machen wir es, ja, alles Gute euch auch ans OPT. Danke, danke. Ja, tschüss Dana, ciao. Ciao, ciao, tschüss. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, Konstanze. Wollten wir nicht telefonieren? Tut mir leid. Hast du Zeit? Ja. Cool. Ja, Theatrium, Sitz in Grünau. Büro, Büro ist voll, Büro ist voll, Büro ist voll, habe ich gehört. Also ihr seid noch nicht alle im Homeoffice? Nee. Also je nach Möglichkeit, was zu Hause gemacht werden kann, soll zu Hause gemacht werden, aber manchmal, manche Tage geht es einfach nicht. Aber sag mal, ist ja, ist ja, ist ja auch noch mal. Aber sag mal, ist ja, ist ja auch noch mal, ist ja auch noch mal. Ja, das ist ja auch noch mal, ob die Empfehler haben, ob die Empfehlungen vom Ministerium haben, haben wir getroffen, um unsere wöchentlichen Projektproben halten zu können, damit wir halt mit jeweils den Gruppen, die wir halt als ProjektleiterInnen haben, durchführen können. Solange wir noch dürfen und nicht noch ein Zusatzrisiko eingehen, genau. Ja, wie so oft, ne, man ist dann doch irgendwie schneller vernünftig als die Politik, ne? Mhm. Ja. Okay, das heißt also, ihr seid schon in irgendeiner Form von Probenprozess jetzt auch, ne? Genau, ja. Weil ja, hier in der Corona-Schutz-Verordnung gibt es ja Paragraf 11.2, wo halt Proben von Leiden und Amateuren untersagt werden, aber das betrifft euch nicht, weil ihr da die Kinder- und Jugendarbeit habt. Genau. Und dadurch, dass die immer getestet sind und auch teilweise schon durchgeimpft, äh, wir müssen halt mit Maskeproben oder auch Abstandsproben, also das müssen wir schon machen, aber wir können uns noch treffen, genau. Verstehe ich. Aber quasi Veranstaltungen habt ihr gar nicht mehr, ne? Klar. Was? Veranstaltungen mit Publikumsverkehr habt ihr nicht mehr. Genau, den haben wir eingestellt, ja. Ja, und hat es euch überrascht jetzt so oder habt ihr es kommen sehen? Ne, wir haben es eigentlich kommen sehen. Also, es war immer noch so eine kleine Hoffnung da, aber eigentlich war es klar, dass es passiert. Dass sich das selber Prozess irgendwie letztes Jahr wiederholt. Habt ihr denn auch mit G2 denn gearbeitet gehabt? Äh, also quasi Ungeimpfte auszuschließen? War bei uns, also wir sind also alle schon seit Monaten durchgeimpft. Ne, ne, ich meine jetzt so vom Publikum her. Es gab ja quasi so... Ach, vom Publikum haben wir, ähm, G2, hatten wir jetzt, als wir noch Publikumsverkehr hatten, haben wir G3 oder G2? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ja, weil ja, die letzten zwei Wochen... Ja, wir hatten G3, als wir noch Publikumsverkehr hatten, war es G3. Ja. Genau. Okay, gut, weil ich habe Fragen auch deshalb, weil ihr hattet ja auch, die Grenze war ja da bei 16 Jahren, ne? Und ihr habt ja sicherlich auch ein Publikum, was halt da genau um diese Grenze drumherum auch immer mal schwankt und dann wird es ja richtig kompliziert, ne? Also wir hatten zum Beispiel auch eine Klasse, die halt genau in dem Alter war, da waren halt eben nicht alle geimpft und dann mussten die Klasse gemeinsam überlegen, ob sie sich halt aufspaltet oder gar nicht kommt und so, naja. Ach, ne. Schwierig, schwierig, schwierig. Tja. Und was denkt ihr, wie es weitergeht? Also jetzt Weihnachten und drüber hinaus? Ja, das hatten wir heute auf der Dienstberatung. Also wir fahren ja immer in der ersten Februar-Ferienwoche fahren wir mit unseren kompletten Projekten, also schon zu ungefähr 90 Kindern und Jugendlichen. Und das fiel halt letztes Jahr schon aus und wir haben im Grunde genommen eigentlich heute beschlossen, dass es auch dieses, also jetzt kommendes Jahr nicht tragbar ist und wir es sehr wahrscheinlich absagen müssen. Ach, die armen Kinder, ja. Und wir haben jetzt schon Angst davor, es denen zu sagen, wenn sich alle da immer kiesisch drauf freuen. Na klar. Diese vier Tage, ja. Und die Zeit kommt ja auch nicht zurück und jetzt schon zweimal hintereinander. Ja, schade, schade, schade. Und wann denkt ihr, dass ihr wieder Publikum reinlassen könnt? Keine Ahnung. Wirklich, weiß ich nicht. Wir warten jetzt erstmal die Mitte Januar ab, weil das machen ja gerade alle Theater erstmal bis Mitte Januar. Die Publikumsschließung sozusagen und dann müssen wir gucken, wie es sich, also wahrscheinlich geht es so weiter. Aber ich habe jetzt ja nicht so großen Optimismus, dass das sich so schnell verbessert. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass mit dem neuen Bundesinfektionsgesetz halt irgendwie so diese Kulturschließungen irgendwie abgeräumt werden. Sophie Renz vom Leipzig plus Kultur, die meint halt auch, naja, eigentlich sind wir ja nicht so wirklich im Infektionsgeschäft tätig. Als Kulturtreibende, klar, man will irgendwie Kontakte reduzieren und weiß nicht, wo man es sonst noch machen soll. Ja, schwierig. Ja. Habt ihr denn irgendwelche politischen Forderungen so Richtung Kommune oder Land? Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke. Genau, Weihnachtsgeschenke. Ich kann mich jetzt gerade nicht so beantworten. Also wir haben jetzt nichts rausgegeben oder so, aber weil ich jetzt einfach so Wünsche, die man hätte oder wie? Ja, naja, klar. Also hängt ja auch ein bisschen darauf an, wie die Lage ist. Ich meine, bei euch ist ja, ihr seid ja auch institutionell gefördert. Da ist natürlich wichtig, dass das Rathaus da auch quasi nicht einknickt irgendwie in den nächsten Jahren und da auch dran bleibt, die Häuser zu unterstützen. Und eine andere Sache ist natürlich auch sozusagen die prinzipielle Kulturfinanzierung von Sachsen aus, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ja, eigentlich soll ja die Schuldenbremse wieder greifen. Ja, genau, Kultur als Pflichtaufgabe. Ja, gut, sind so Themen. Sophie meinte auch, dass halt einfach die Leute in den Kulturbetrieben so durch sind irgendwie auch und so frustriert, dass da gerade halt sozusagen so sich politisch irgendwie in Szene zu setzen oder halt Forderungen aufzustellen oder sich zusammenzutun in irgendeiner Weise, dass das gerade irgendwie die Energie fehlt, ja. Okay, ist das so. Meinte sie jetzt sicherlich auch aus ihrer persönlichen Brille so. Ja, ja. Weiß nicht, Energielevel bei uns im Team, würde ich ja sagen, ist auch so low, ne? Also die Leute sind schon am Ball, aber ja, das nervt halt alle, ne? Ja, es schwebt halt immer über einem, ne? Genau, also ich würde jetzt trotzdem hier sagen, dass das Energielevel, wir versuchen halt einfach weiter oben zu bleiben und das, was wir noch dürfen, einfach gut zu machen und daran festzuhalten. Deswegen ist ja eigentlich noch eine ganz gute Stimmung. Ja. Das sah auch mal anders aus vor ein paar Monaten. Ja. Und jetzt pushen wir uns einfach wieder gegenseitig und überlegen uns einfach andere Sachen und so. Also wir sind schon rege mit unseren Energien am Start. Schön. Und habt ihr denn irgendwas vor 2022, worauf man sich freuen kann, so? Na ja, ja, am meisten halt, dass die Projekte zu ihren Premieren kommen, die schon jetzt dann im Frühjahr diesen Jahres gewesen wären, dass das irgendwie einen guten Abschluss findet und ja, die ganzen Kinder-Jung-Projekte halt, das ist so, was so das Highlight sein soll. Und plant ihr im Sommer irgendwie einen großen Theatersommer oder Festival oder irgendwie Sommertheater oder so? Nee, das machen wir nicht im Sommertheater. Wir haben halt immer so ein Sommerfest und dann auch nochmal was präsentiert wird, je nach Zeit. Aber so Spielen im Sommer machen wir gar nicht und auch nicht für Dresden-Festivals, nee. Ja, wir haben es dieses Jahr gemacht, aber es war halt auch sehr anstrengend fürs Team, ne? Weil im Sommer will man ja dann doch mal hier und da wegfahren und so und Familien. Na ja, gut, aber Sommerfest, das nehme ich mal mit, ne? Sagen wir auch nochmal allen Grünauern Bescheid und Grünauerinnen. Geht zum Sommerfest vom Theatrium, holt euch ein bisschen Kultur ab. In diesen Zeiten ist es rar gesät. Ja, ich wünsche euch ansonsten, dass ihr einigermaßen gut rüberkommt, ne? Ja, ihr auch auf jeden Fall. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht mal hoffentlich wieder irgendwann. Kann man nur hoffen, ne? Wenn ihr wieder eine Produktion habt, dann meldet euch, ne? Ja, alles klar. Na dann, Bestes ans Team und wir sehen uns dann. Ja, bis dann, Daniel. Ja, tschü. Ciao. Ja, tschü. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, und dann gehst du aber wieder ins Büro oder gibt es da nichts mehr zu tun? Äh, doch. Ja, weil ich mich immer frage, warum man immer so böse gegenüber Kindern ist. Das ist ja irgendwo der größte Teil der Ungeimpften, oder? Ähm, ja. Und das ist ja eigentlich total bekloppt ist, weil wir hier ja dann auch getrennte Räume und getrennt essen, getrennt kochen und keine Ahnung was. Aber ich hab das ja ziemlich schnell überstanden und bin jetzt auch schon seit ein paar Tagen negativ, aber wenn wir irgendwie schon ein bisschen weiter wären mit dieser ganzen Impfgeschichte und so, dann wär das einfach eine ganz normale Krankheit. dann müsste ich nicht mehr so, dann müsste ich nicht mehr so, dann müsste ich mich wieder fit fühlen, weil ich mich wieder fit fühle und nicht mehr ansteckend bin müsste. Und, naja, aber so, äh, zum Schutze der Anderen, zum Schutze der Ungeimpften, ähm, bleibe ich natürlich gerne nach 14 Tagen in Quarantäne. Ja, verstehe ich. Und wir haben ja auch quasi, ähm, als Kultureinrichtung wieder zugemacht, äh, genau. Von daher, äh, war das ein passender Augenblick. Hm, das stimmt. Und mit den, äh, gut, äh, Schließungen sozusagen, ähm, bin ich dann auch schon in Quarantäne gegangen und war dann ganz froh, weil Bayern wie so eine Stimme zu organisieren. Hm. Ja. Ja, aber ich, also das mit den Kultureinrichtungen, das scheint ja nur in Sachsen so zu sein. Das ist nämlich genau das Fieße, dass irgendwie man von den Anderen immer so hört, ja, und ich hoffe, dass es noch stattfinden kann und mit 2G plus und mit 2G und, ähm, und dann denke ich immer so, äh, Leute, denkt ihr auch mal an uns? Weil uns findet schon seit drei Wochen nichts mehr stimmt. Ähm, ja. Ja, die Politik bemüht sich ja auch, es nicht so zu betonen, ne? Also das, man muss immer sehr genau hinhörchen, wenn man dann halt, äh, mal irgendwie das Wort Kultur fällt, ne? Ja, lange nach dem Sport. Ja, genau. Ich hab nämlich, ähm, auch tatsächlich das Gefühl, dass so bundesweit, ähm, ähm, kriegt es gar keiner mit, dass, äh, dass es bei uns schon wieder einen Lockdown gibt. Ja. Ähm, ja, merkt man ja auch bei den Fördergeschichten und so. Ja, na, denkst du denn, das geht jetzt noch nach dem 15.12. weiter? Also das ist ja bei uns in der Gruppe auch total ambivalente Einstellungen, ja. Also, ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn du dir so die Inzidenzen und Hospitalisierung und was weiß ich in Sachsen anguckst, ähm, ähm, wäre es naiv zu glauben, dass es ab dem 13. wieder geöffnet werden kann. Ähm, 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 also so, ich hab jetzt auch so mit ein paar aus der, aus der, aus der, aus der Leipzig-Runde auch so gesprochen, wo ja auch die, die, äh, Clubs und wo die Spielstätten mit drin sind. Und die haben schon gesagt, na, im Winter können wir vergessen. Wir öffnen frühestens im März, vielleicht auch erst wieder im April. Und da müssen wir gewaffnet sein und müssen Strategien haben für eine gesicherte Öffnung. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, dass man vielleicht wenigstens im Februar wieder öffnen kann? Also die Zahlen müssen, also irgendwann muss ich das doch mal wieder, also muss ich das doch bemerkbar machen, diese Kontaktbeschränkung. Ja, nicht nur das, auch die Durchseuchung, also sozusagen. Manche Leute sagen ja, die Welle begrenzt sich irgendwo auch selber. Ich meine, wenn das Virus nicht mehr genug Leute findet, dann. Ich, also ich, ja, es hat leider, ähm, bringt jetzt offensichtlich diese Kontaktbeschränkungen an den letzten, äh, drei Wochen, oder wie lange haben wir es jetzt schon? Zwei Wochen schon, ja. Seit neun, zwei. Äh, genau, seit zwei Wochen ist das ja so. Und, ähm, irgendwie macht sich das nicht so richtig bemerkbar, also, das ist ja auch im Prinzip tatsächlich dann auch wieder auffällig, dass, also, die Schließung der Kulturbetriebe bringt nichts. Deswegen hat uns das ja eigentlich auch sehr, also, ziemlich so eiskalt erwischt, habe ich das Gefühl, äh, weil keiner aus den Kulturveranstaltungsbetrieben damit gerechnet hat. Also, alle haben gedacht, naja, okay, vielleicht 2G+. Aber, ähm, dass wir ganz so machen müssen, ähm, obwohl wir nachweislich sozusagen nicht die Pandemietreiber sind, nachweislich nicht, ähm, dass ich da, also, in den Kulturveranstaltungsbetrieben, da die Leute angesteckt haben, gerade bei den Sitzveranstaltungen, ähm, fand ich es halt einfach tatsächlich, also, es hat uns wirklich eiskalt erwischt. Und, und da fand ich dann die Maßnahmen einfach auch tatsächlich, äh, hätte man schon vor zwei Wochen sagen können, es wird nichts bringen. Ja. Also, es bringt nichts, äh, die Kultureinrichtungen zu schließen. Dadurch werden nicht die ganzen, ähm, 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 Institutionen plötzlich wieder sinken. Ja, zumal, wenn wir jetzt von der Kammer sprechen oder vom Ostpassagethater, wo wir von 50 Gästen sprechen, während halt gleichzeitig noch im Stadion 15.000 Leute munter Sport feiern, ja, also da finde ich auch, stimmt irgendwie die Messer Ja, das ist tatsächlich so da haben sie tatsächlich auch gesagt in den Stadien sind auch tatsächlich keine Besucher mehr, das fand ich okay, dass dann auch alles abgesagt wurde von den Bergparaden und was weiß ich und so es ist tatsächlich auch, da können wir das einzige Bundesland, wo gerade keine Zuschauer zugelassen sind Stimmt, Daniel, stimmt Aber sie dürfen halt auch spielen sie dürfen immerhin spielen das dürfen wir auch nicht und was ich auch nicht nachverziehen kann ist, warum es nur eine Ungleichbehandlung bei den Probenbedingungen gibt also weil Professionelle dürfen nach wie vor weiter proben Ich finde das ein Affront Ja Es ist ausdrücklich verboten Ja 11.2 Ja Also wo ist da bitte schon der Unterschied Ja Man kann doch genauso für Amateure festlegen dass sie Abstand halt nur mit Waske proben müssen oder unter 2D-Bedingungen Ja Hätte man ja auch sagen können Ja Also so Selbst der Probenbetrieb in den Theatern ist ja sogar 3G erlaubt Genau Ich glaube es hat was mit dem Arbeitsrecht zu tun dass man sich hier quasi nicht in so eine Berufsverbotsdebatte reinbegeben will und dann hat man es sich wieder einfach gemacht und hat gesagt naja Pleine und Amateure in dem Sinne Das ist Freizeit Das ist Freizeit Genau Und deswegen ist das verboten Ich finde es auch weil das ja auch eine zusätzliche Hürde ist die wir bisher nicht hatten in der Pandemie dass jetzt auch so ein Passus drin ist dass wir nicht mal mal proben dürfen Wir haben das jetzt aber muss ich sagen auch für uns im Laden gewissermaßen ausgelegt weil wir auch sagen wo fängt eine Probe an wo hört eine Probe auf wo fängt ein Laie an wo hört ein Amateur auf also so einfach ist das ja nicht und ich vermute auch dass das eine Formulierung ist die jetzt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ab 15.12. noch verschwinden wird aus der neuen Corona-Schutzverordnung Ich hoffe es zumindest Ja wobei es halt schon seit Anfang des Jahres immer wieder als Extrapunkt auch drin steht Amateuren und Leihen Musik Musik und Musikgruppen und Theatergruppen ist das verboten Da steht schon länger drin Ja Das steht schon relativ lang drin Genau Also entweder dass es verboten ist oder es stand dann explizit auch drin was es denen erlaubt ist wieder zu proben Das war kulturrelevant Um das ganze Interview mit Sophie Renz von den Kammerspielen Leipzig zu hören Besuch uns doch im Internet www.ost-passage-theater.de 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 Vielen Dank.